Willkommen zu neuen Videos 1, ich bin Jair, ich begrüße dich herzlich herzlich auf meinem Kanal zu einem neuen Video und heute spielen wir in der Runex-Geek-Againz auf dem Hi-Server Jair, 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 Jair und das ist ein Spielmodus wo ich einfach mal sage, das ist Sky Boss mit Betas gemischt, mal ein riesen Zombie, riesen Fett und wenn der Tod ist und wir uns nicht mal in den Drang kuscheln können dann riechst Bomben nicht nur näher, sondern sind komplett ausgefühlt ja und es gibt verschiedene Erze, Goldblöcke ja, ich werde es jetzt im Lauf der Runde einfach mal erklären wir sind jetzt einfach mal Team Gold ja, es gibt irgendein Manns Sachen wie du auch sehen kannst, die tausche ich gleich aus Effekte, Jump habe ich jetzt bekommen Level und Lapislazu hier und ja ich werde mal schauen dies geben Gold, das ihr links angezeigt seht und davon kann ich mir beim Willischer was kaufen ja noch ne Hose also die brauchen wir ja nicht kann ein Herz dazu geben oder auch ob sie mich zu groß ist ich hoffe ich habe jetzt weniger Herzen weiss ich auch nicht deswegen muss ich jetzt mal schauen vielleicht gewinne ich nochmal noch ne Hose ok jetzt habe ich ein bisschen Shampoos weg einfach nochmal was jetzt nochmal ne Herz und Blindness nice ah jetzt hat er mir wieder ein Herz dazu gegeben ähm ich baue ein bisschen ab weil dann das ist nämlich die Schlausel eigentlich zum abbauen so Holz dann kriegt man nämlich Holz ganz schnell ja also aber so seht ihr gerade falsch jetzt hat sich nämlich die Border entfernt die da wo da war sind ja uns abgehalten dass wir auf die andere Insel gehen die ist jetzt entfernt worden genau mhm mhm ok das Bein ist eigentlich weg ok wir tauschen jetzt einfach mal aus hier ähm ja was habe ich hier ist noch ein Goldbrauch jetzt geht da eigentlich schlecht dabei weil ich den einen Effekt hatte ähm ihr sagt es wahrscheinlich was es gibt diese Arte die geben mir irgendein Materialien was hab ich trotzdem mit wenn ich meine nice ich hab so vor der Gapel kann ich mir jetzt mal schnell einen Bogen machen warte mal ich mache ich mal schnell an die Crafty Band und mache mir Sticks dann machen wir einen Bogen äh äh ich weiß es eigentlich ich muss mir nur kurz davor überlegen es fällt gar nicht auf dass ich es jetzt eigentlich vertuschen will dass ich es eigentlich nicht wo man gleich weiß aber na gut will ich noch ein Tier ein Tier bitte noch ein 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 muss ich mir kein Tiereswert kaufen dann kann ich mich nur auf andere Sachen konzentrieren das wird geil äh mir ging schon mir ging schon da ist jemand da und das ist das Problem ich hab kein Schwert noch bis jetzt aber der ist auch noch nicht gut ausgerüstet nice ähm ja kauf muss erst mal würde ich sagen weil ich kriege eh keins ähm das hier das hier das hier das hier Bogen habe ich und dann noch ein paar Pfeile Pfeile haben wir kein Geld mehr jetzt haben wir halt nur 6 Pfeile ach jetzt wird uns schon wieder angegriffen ich hab's ja kein Ei also ich hab kein Tiereswert kaufen nicht dumm nicht dumm es ist ja in Tränen die die Das ist halt ein bisschen dumm. Kenne ich eigentlich die erste von anderen, äh, die, äh, Inselnachbarn? Glaube nicht. Aber ich bin mir nicht sicher. Deswegen will ich jetzt mal nicht so sein. Aber ich sag... Ne, 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 das geht nicht. Ich probier's gar nicht aus. Ich bin mir nicht sicher. Doch, es ist unmöglich! Also ob, aber ich eher würde ich sagen 30 gehen jetzt mal an. Da ist ja nicht so. Ich zeige gerade nicht, dass ich da bin. Ich krieg den Sturm. Aber ich habe jetzt jede Menge Gold dazu gewonnen. Nice und hat ihn richtig runter Ok, jetzt hole ich mir auf jeden Fall mein Deer-Schwert, weil ich kein Deer-Schwert hatte und deswegen ziemlich schade gemacht habe Ah, wir haben einen Verzerrungstisch geholt Sogar zwei Wofür wir auch immer zwei brauchen Ok, ich brauche noch einmal Ähm, Emerald Erz Ähm, ja So, Dalla, wo haben wir ein bisschen Emerald Erz? Wir könnten das auch abtragen ein bisschen Ein Berg, vielleicht sind wir dann Ich habe eher das Gefühl, dass da noch oben irgendwo was ist Schauen wir schnell noch und dann ansonsten trage ich halt dann wirklich den Berg ein bisschen ab Wir sind ja Gold, also hat mir jemand geholfen Ok Gute Verstellung Also von unserem Team meine ich jetzt Vom Gegner-Team hätte ich's auch mir gefallen, wenn mir jemand geholfen hätte Weil normalerweise sofort kill 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 Von Gegner-Team kill Warte mal Genau von da her bin ich ja Ich ein Rögen gekommen Was war mir das hier, der Äh, ich hab ja schon gefunden Ich hab erst gedacht, dass von dem anderen Team das Verzauernstisch bekommen Die meisten direkte Verbindung, nice Ok, hier finde ich kein Wie ist einfach mein Kampf Vielleicht finde ich ja auf der anderen Insel einen Ich vielleicht Also ich meine, dass ich bei denen jetzt ein Emerald Erz finde Ok, die sind gleich draußen Nice, blau ist draußen Wir haben's blau eingenommen Nice GG So So hab ich aber auch ganz schön beitragen So und deswegen Hätt ich verdient, dass ich einen Emerald Erz finde Das müssen wir dann wirklich runtergrauen Und für die verkackte Eine Emerald Erz Ah, da haben wir's doch Sollen wir uns gleich zwei geben Ok Also hier können, haben wir jetzt eine Außenbasis Wenn das so nimmt Ok, ich hol mir noch ein bisschen Essen Wir sagen, ein bisschen Essen Was hat man eine N Ach, hat man zwei Ender Pillen Ok Ich hab mich genü- Äh, ich hab keinen Platz mehr für das Sektor Weil Geld hätte ich ja noch genügend Beulich Ok, haben wir ein bisschen Ähm, nehmen wir 2000 Und wahrscheinlich die zwei Wegen zwei Kills Da haben wir ja schon rein 500 Oder wie viele Kills haben wir Kann ich nicht nachlesen Wir haben noch die zwei Meisten Ok, jetzt kommt die, ne? Sofort, Einsatz 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 Gau, gau, gau Wir müssen ein Ok, ist das schon wieder bei uns An den Verteidigung dran? Ich hoffe Weil, wenn jetzt keiner da ist, ist das ein bisschen doof Wenn es der jetzt einfach frei rumläuft Funktioniert das überhaupt nicht? Warte mal, ich glaube, ne? Ja, der wird mit dem Pfeil abgeschossen Warte mal, in der Schutzlinie Ja Wo? Hier ist wohl ich runtergefossen Ja, egal Die bauen alle Okay, so Dabei schau ich jetzt mal, wo Der Hier Wo Der schießt Ok, warte mal Wenn das jetzt ein grüner war Das wär mega nice gewesen Weil der wär jetzt tot Ich geh jetzt einfach mal auf die drauf, würde ich sagen Weil die haben ja noch Ok, ich muss erst mal noch Ich wollte ja erst mal mein Schwert verzaubern Das machen wir jetzt auch als erstes, würde ich sagen Warte mal, da ist wer Gau, 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 drauf, drauf, drauf Ich verzauber mein Schwert schnell Das ist jetzt wichtig Ok, wir haben drei Verzauungstische Schau mal Ist ganz wichtig Können wir unseren Bogen auch noch verzaubern? Nein Geht nicht Schade Ok Die Hoffentlich Tun jetzt eine Schutzbasis errichten Dabei hole ich mir noch schnell ein bisschen Holz von da Obwohl, den könnte ich auch nur ein Blöck kaufen Ach, da ist schon wieder jemand Die sind aber nie gut geequipped Ach, nice Dann hole ich mir noch ein paar Blöcke Muss ich mir jetzt keine holen Ein paar Blöcke Könne ich mir eh bessere holen Dann können wir uns jetzt endlich gültig rüber bauen Und die richtig auslöschten Hier, warte mal, die werden ich gerade ausgelöscht Warte mal, die werden ich auslöscht Wo sind Ich muss Ich will helfen Ok, wir sind schon Champions We are the Champions Ok So, darüber Leute Ich hoffe euch hat es gefallen Wenn ja, lasst da einen Daumen nach oben da Und ich würde jetzt einfach mal sagen Könnt ihr mal den Park bewerten Und dann sehe ich hier Ob euch dieser Spielmodus gefällt Wenn ja Lass einen Daumen nach oben da Und ich würde jetzt einfach sagen Bis zum nächsten Mal wieder Ciao Ciao